Das neueste interaktive BigPad Whiteboard von Sharp macht es einfach, Ideen zu teilen und mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Teamwork wird effizienter und die Kommunikation ist effektiver. Vergessen Sie das Arbeiten mit Papier oder Projektoren. Mobile Geräte wie Notebooks, Telefone, Tablets und Laptops können sich sofort mit dem BigPad von Sharp verbinden und interagieren. Um Ihre Sitzung zu beginnen, drücken Sie einfach die Starttaste. Der Touchstift besitzt mausähnliche Funktionalität. Leicht in der Hand und flüssig zu verwenden, lässt er Sie präzise und in einer ununterbrochenen Bewegung schreiben. Mit dem BigPad kann jeder mitmachen und Ideen und Informationen teilen. Dokumente, Fotos und selbst Videos können übertragen und in Sekunden angezeigt werden. Sie können auch Dokumente und Fotos direkt zum Whiteboard scannen, um sie mit der Arbeitsgruppe zu teilen. Jeder in der Besprechung kann den BigPad-Bildschirm steuern, wann immer er etwas teilen möchte. Sie können auf dem Bildschirm zeichnen oder Informationen direkt von Ihrem Tablet, Telefon oder Laptop hervorheben. Touch Display Link von Sharp macht es einfach, Inhalte von BigPad auf jedes drahtlose Gerät im Raum zu übertragen. Sobald sie übertragen wurden, können Ihre Kollegen ohne Auswirkung auf das Original ihre eigenen Notizen hinzufügen und eine neue Kopie speichern. Wenn die Besprechung zu Ende ist, benötigt es nur ein paar Sekunden, um den Inhalt zu teilen und ihn in der Cloud für zukünftige Verwendung zu speichern. Wenn Sie einen multifunktionalen Sharp-Drucker und Cloud Portal Office besitzen, können Sie sogar noch mehr tun. Beispielsweise können Sie Unterlagen direkt von Ihrem BigPad ausdrucken, einschließlich während der Besprechung gemachter Notizen. Das BigPad ist auch für Schulungsräume hervorragend geeignet. Unterricht wird interaktiver und jeder fühlt sich stärker einbezogen. Die PEN-Software ist extrem leicht zu verwenden. Rufen Sie einfach das Menü auf und wählen Sie die benötigten Funktionen durch Berühren der Symbole aus. Da es bis zu 10 Touchpunkte zur gleichen Zeit erkennt, können bis zu 4 Personen gleichzeitig auf dem BigPad schreiben. Für maximalen Komfort kann jeder Benutzer seine eigenen individuellen Menüs verwenden. Während Sie auf dem Bildschirm schreiben, wandelt das BigPad Ihre Handschrift in standardisierten Text in eine einfach zu lesende Schriftart um. Das zeitgemäße, benutzerfreundliche Design des BigPad umfasst einen kratzfesten, blendarmen Bildschirm, hochwertige, frontseitig montierte Lautsprecher und zahlreiche Ein- und Ausgänge. Das BigPad macht Besprechungen produktiver, Präsentationen verbindlicher und Ideen einfacher teilbar. Für Ausbildung und Geschäft, wenn Zusammenarbeit entscheidend ist, dann ist es Zeit für das BigPad.